Für diese Lungenseitlinge hier ist es definitiv zu spät, es sei denn, man ist eine Pilzmücke, dann hat man da bestimmt noch Freude dran. Aber keine Panik auf der Pilztanik, es gibt natürlich noch einiges anderes zu entdecken und das machen wir jetzt mal. Ach ja, die Natur, hier stinkt es mal wieder wie auf dem Ziegenfriedhof. Denn natürlich, wir sind Pilzesuchen und was haben wir beim Pilzesuchen? Öfter mal spannende Gerüche und bei diesem Kandidaten haben wir einen sehr spannenden Geruch. Denn das ist hier der Boxtickfuß. Erst mal kurz zum Standort hier, wir haben hier so einen Nadelwald, es ist hier sehr mosig. Also wir haben hier so richtig dicke Moospolster, der ganze Boden ist im Grunde genommen Moos und auch relativ feucht so von sich aus und nährstoffarm. Und da fühlt sich dieser wirklich optisch wunderschöne Pilz ziemlich wohl. Wir schauen ihn uns jetzt mal an. Der Hut ist auf jeden Fall lila. Insgesamt am ganzen Pilz finden wir überall lila, aber immer auch mit so einem Touch von weiß, so ein weißliches Lila. Lila-Weiß, Weiß-Lila, wie man es auch nennen mag. Und dann ist der Hut mit dem Stiel verbunden, ja, mit der Cortine. Das heißt, wir haben wie so Spinnenweben. Und der ist jetzt hier noch relativ jung und deswegen überdecken die tatsächlich auch noch die Lamellen. Wir sehen noch gar nicht so richtig die Lamellen. Die sind im jüngeren Alter auch noch so ein bisschen was mehr so in Richtung Lila. Zum Alter hin werden sie dann aber eher so Zimtbraun vom Sporenpulver, ja. Da verfärbt sich das Ganze dann. Hier auch, ne, der Stiel auch wieder weißlich-lila irgendwie so. Hier gerade zur Basis hin ist er dann auch mal richtig doll lila tatsächlich. Und zur Basis hin ist er auch so ein bisschen verdickt-keulig irgendwie der Pilz, ja. Das ist auch ein typisches Merkmal für diese Art. So sieht er also aus. Und dann haben wir halt ein ganz wichtiges Merkmal, den Geruch, ja. Und wenn man da mal anriecht, also da geht echt die Post ab. Es ist schwer zu beschreiben. Manchmal liest man einfach, das riecht nach Ziegenbock, aber naja, da ist definitiv auch eine Note von Kohlrabi drin, finden wir. Und von so stinkenden Füßen, so Schweißfüße, ja, so alte getragene Socken. Sowas ist da auch mit bei. Und vielleicht, ja, man hört auch manchmal sowas gammliges Obst, gammlige Kartoffeln. Ja, vielleicht. Also es ist wirklich ein Bouquet der Gerüche, der Verwesung und des Gestanks. Ja, eine schöne, wirklich schöne Mischung. Wichtiges Merkmal im Querschnitt ist der Pilz lila. Er hat lilanes Fleisch, höchstens in der Basis finden wir mal so ein paar Brauntöne. Aber im Gegensatz zum Safranfleischigen Dickfuß auf jeden Fall ein wichtiges Merkmal. Und den Pilz, kann man den essen? Wichtige Frage vielleicht, nee, kann man nicht. Also den kann man nicht essen. Aber es ist durchaus wichtig, ihn zu kennen, wenn man einen berühmten Speisepilz sammeln möchte, nämlich den violetten Rötelgitterling. Denn das wäre ja ein Speisepilz durchaus. Und da sollte man dann nicht versehentlich den hier sammeln. Ich erzähle euch jetzt mal, wie wir zur Zeit am allerliebsten unsere Frühstücksbowl aufpetten. Und zwar mit Hagebuttenpulver. Und da sind wir auch beim Sponsor dieses Videos, nämlich Koro. Vielleicht geht es euch ja so wie uns, wenn die Hagebuttenzeit ist, dann ist meistens ja auch Pilzzeit. Und wir kommen dann nie so richtig dazu, genügend Hagebutten zu sammeln und zu verarbeiten. Dabei sind Hagebutten ja mega gesund, stecken voller Vitamin C, sind gut für die Gelenke, viele sekundäre Pflanzenstoffe. Also eine tolle Sache. Und da nehmen wir gerade echt gerne dieses Hagebuttenpulver. Und das kombinieren wir dann noch mit gefriergetrockneten Erdbeeren und Hanfmus. Lieben wir zur Zeit auch total. Finden wir richtig gut. Und manchmal, wenn wir die Zeit haben, sammeln wir dann auch noch Wildfrüchte. Heidelbeeren, Himbeeren, Brombeeren. Wenn ihr jetzt auch Bock auf ein paar gute Frühstückszutaten habt oder auch tolle andere Sachen, dann schaut auf jeden Fall mal bei Koro vorbei. Und wenn ihr dann was bestellen wollt, dann verwendet auf jeden Fall den Rabattcode BUSCHFUNKESTAN. Alles groß geschrieben. Dann bekommt ihr nämlich 5% Rabatt. Und diese gefriergetrockneten Erdbeerscheiben sind übrigens auch ein richtig guter Snack. Mmh. Wenn ihr in den Blumenladen geht und nach Geranien fragt und euch drückt dann jemand hier diesen Pilz in die Hand, dann werdet ihr wahrscheinlich sagen, ja komm, dafür gebe ich ja wohl gar kein Geld aus. Das ist auch keine Geranie. Aber wenn man dann da mal dran riecht, dann merkt man, hey, das ist wirklich fast eine Geranie. Riecht unfassbar gut. Also was Pilze so in Sachen Gerüchen alles drauf haben, ist wirklich oft so komplett verblüffend. Das hier ist der duftende Gürtelfuß oder auch bekannt als Geranien-Gürtelfuß. Ist jetzt auf den ersten Blick jetzt nicht der auffälligste Pilz. Wächst gerne in so feuchten, sauren Nadelwäldern. Ja, hier haben wir das. Hier ist überall Moos. Hier ist es sehr feucht. Hier sind die Heidelbeeren. Die zeigen uns auch an. Es ist sauer. Und hier wachsen ganz viele Fichten und auch Weißtannen in der Gegend. Also die Bedingungen sind perfekt für diesen Pilz. Der Hut hat verschiedene Brauntöne oder auch, ja hier sind auch welche, die sind auch eher so grau-braun. Und da drauf haben wir so feine, abwischbare, weiße Flöckchen. Hutmitte ist immer so ein bisschen spitz gebuckelt. Der Hut am Anfang ist so eher so glockig irgendwie und der breitet sich dann immer so aus. Ja, aber in der Mitte bleibt ganz gerne dieser spitze Buckel bestehen. Hutunterseite haben wir dann so zimtbraune Lamellen, die ausgebuchtet angewachsen sind. Und dann haben wir einen Stiel. Grundfarbe ist auch braun, aber er ist weiß genattert, beziehungsweise auch so ein bisschen weiß bis lila. Also wir finden auch hin und wieder mal so ein paar lila Töne an diesem Pilz, was ihn dann doch sehr schön macht. Meistens dann erst auf den zweiten Blick. Auf den ersten Blick sieht man die nicht so wahr. Der ist jetzt auch nicht so groß. Hier Hutdurchmesser haben wir hier so knapp über zwei Zentimeter. Stiel ist hier vielleicht so sechs, sieben Zentimeter lang, aber auch recht dünn. Also auf den ersten Blick unscheinbar, aber auf den ersten Sniff auf jeden Fall sehr auffällig. Also es riecht hier tatsächlich im Wald nach Geranien so ein bisschen an dieser Stelle, weil hier relativ viele Fruchtkörper hier unten gerade wachsen. Und es riecht richtig gut einfach nur. Also wirklich unglaublich gut nach Geranien. So als ob man auf so einem Balkon sitzt irgendwie in den 90er Jahren. Der ist noch so richtig schön mit Geranien vollgeballert und die Sonne knallt darauf und es riecht einfach so richtig nach Geranien. So in etwa ist dieser Pilz drauf. Essen kann man ihn aber nicht, also das sollte man lassen. Aber mal eine Nase von neben kann man machen und dann auf eine schöne Duftreise gehen. Ich weiß, ich weiß, viele von euch träumen wahrscheinlich schon ein Leben lang davon, eines Tages mal auf Klo zu gehen und dann schön lila zu pinkeln. Und das hier scheint die vermeintliche Lösung zu sein, um diesen Traum sich endlich erfüllen zu können. Aber ich muss euch leider enttäuschen, denn das wäre hier eine durchaus auch tödliche Lösung. Hier haben wir den zimtfarbigen Weichporling. Ja und den finden wir am liebsten auf verschiedensten Laubhölzern. Besonders gerne zum Beispiel auch auf Eiche oder Hasel, aber es gehen auch diverse andere Laubgewächse, die es so gibt. Und es ist so ein klassischer Folgezersetzer, der jetzt hier zum Beispiel in dem Fall hier diesen Ast, ja oder, naja, ist ja so, nicht ganz ein Ast, ja. So eine Mischung hier, ein Hybrid aus einem Stock und einem Ast. Dieser wird verdaut von diesem zimtfarbigen Weichporling, ne. Das Mycel ist hier drin und der verdaut es hier fröhlich. Also eine gute Sache auf jeden Fall für die Natur. Der zimtfarbige Weichporling, man sieht's, der ist so ein bisschen muschelförmig. Er hat keinen so richtigen Stil irgendwie, der ist so direkt am Substrat angewachsen. Und von der Farbe her haben wir so verschiedene Brauntöne, so Ocker und natürlich eben ganz klar Zimt, ja. Klar, steckt sogar im Namen drin. Die Hutoberfläche kann so ein bisschen filzig sein, verkahlt dann aber auch mit der Zeit, ist dann auch so ein bisschen rau vielleicht, ja. Und auf der Unterseite des Hutes haben wir Poren, die von der Farbe her eben, eigentlich ist das alles mehr oder weniger ein Abwascher. Hier sind sie vielleicht mal minimal heller als der Hut, aber im Großen und Ganzen haben wir hier überall diese Ocker und Zimttöne. So, Geruch ist so leicht pilzig, aber eigentlich in dem Fall jetzt auch kaum vorhanden. Konsistenz ist relativ weich, Weichporling sagt der Name auch. Und tödlich ist er halt durchaus auch, da ist nämlich Polyporsäure drin. Und wenn man die zu sich nimmt, ja, dann verfärbt sich der Urin wunderschön lila, sieht bestimmt herrlich aus. Aber es kommt auch zu diversen nervösen Störungen, ja, und so ein bisschen Koordinationsprobleme sind dann wahrscheinlich so das geringste Übel. Organversagen, sowas kann auch passieren. Also sehr, sehr unschön. Tatsächlich ein sehr stark giftiger Pilz, ja, einer der giftigsten, die wir hier so haben. Und dementsprechend sollte man da gut aufpassen und den unbedingt auch kennen. Gerade wenn man Porlinge sammelt, ja, ich denke da jetzt nur mal an den Schwefeporling. Chicken of the Woods, sehr beliebt als Speisepilz. Das kann man vielleicht verwechseln, ja, wenn man sich nicht so gut auskennt. Der Chicken of the Woods ist halt viel größer, ist mehr orange durchaus auch, ja. Also hat eben da durchaus große Unterschiede auch. Aber den hier sollte man auf jeden Fall kennen. Und natürlich auch, wenn man andere Porlinge sammelt, ne, als Vitalpilze, so Zunderschwämme, Birkenporlinge, all solche Sachen, immer den hier mit auf dem Schirm haben, ne, weil die, normalerweise sind die meisten Porlinge eigentlich ganz okay. Viele davon sind halt jetzt nicht essbar, aber zumindest ungiftig, ne. Aber bei dem hier sieht es auf jeden Fall ganz anders aus. Und man kann den auch lila verfärben, den ganzen Pilz. Dann muss man eine Lauge darauf tun und dann verfärbt er sich tatsächlich lila. Und das ist wiederum auch was, was man sich zunutze machen kann, wenn man damit färben möchte, ne. Man kann also tatsächlich da einen lilanen Farbstoff draus gewinnen, um zum Beispiel Wolle damit lila einzufärben. Das ist natürlich ganz spannend. So, jetzt geht es um Amethyste, aber vielleicht kommt jetzt auch aus Lichter gleich um die Ecke, ja. So ein bisschen Bares-Ferraris-Vibes kommen jetzt hier auf, denn es ist mal wieder soweit, die Amethyst-schuppigen Pfifferlinge sind da. Die sind auch ziemlich pünktlich wieder bei uns, denn beim Pfifferling gibt es ja eine große Artenvielfalt, nämlich jeder Pfifferling ist einfach nur ein Pfifferling und der echte Pfifferling, der so richtig so klassisch goldgelb ist und so, den hatten wir natürlich dieses Jahr auch in unfassbar großen Zahlen. Also wirklich ein richtig gutes Jahr und der wächst durchaus auch immer noch, mancherorts. Aber an manchen Stellen ist er jetzt bei uns auch schon durch, tatsächlich. Also ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Diese Art hier, der Amethyst-Schuppig-Pfifferling, kommt immer ein bisschen später bei uns. Also der echte, das ist eigentlich so, der hat so im Juni seinen Top-Monat eigentlich, ja und auch noch im Juli. Und der hier, bei dem geht es hier immer so Mitte, Ende Juli los und dann auch im August ist bei dem richtig Party angesagt. Und der Standort ist auch ein bisschen anders und auch ganz speziell, denn wir sind jetzt hier an einem Nordhang. Und diese Art hier, der Amethyst-Schuppig-Pfifferling, der liebt diese Nordhänge hier bei uns sehr. Also wir finden ihn immer in größter Zahl eigentlich an Nordhängen oder so Nordost-Nordwest, ja. Hauptsache ziemlich dunkel, tendenziell auch mit einem recht alten Baumbestand schon immer. Und sehr gerne wächst dort dann auch immer so ein bisschen Adlerfahnen in der Nähe. Und der Wald-Sauerklee, der ist auch immer mit von der Partie. Ja und was haben Nordhänge so an sich? Sie sind natürlich dunkler, ja die Sonne scheint da nicht so stark drauf. Dann sind sie tendenziell auch ein bisschen feuchter, eben auch wegen der Sonne, weil sie da nicht so krass drauf scheint und so. Also dunkler, feuchter und natürlich auch ein bisschen kühler. Also das Mikroklima ist halt anders als an anderen Hängen. Und das scheint diesem Pilz hier sehr zu taugen, denn wir finden den hier im Schwarzwald an solchen Standorten teilweise eine relativ große Zahl. Aus Brandenburg kennen wir den jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr. Wissen wir nicht, ob es den da auch gibt. Aber hier im Schwarzwald auf jeden Fall durchaus, je nachdem wo man unterwegs ist, ein recht häufiger Pilz. Wie sieht er aus? Also so im Großen und Ganzen, so von der Formgebung her, ist er eigentlich identisch mit dem echten Pfifferling. Jungen sind die Hüte noch so leicht nach außen gewölbt. Der Hutrand ist sehr lange so eingerollt. Und zum Alter hin, wenn die Hüte dann durchaus auch mal leicht richterförmig auf der Hutunterseite haben wir Leisten, keine Lamellen. Leisten sind fest verwachsen mit dem Hut. Lamellen sind eher so ein bisschen lockerer verwachsen, ja nicht so fest. Und ja auch der Stiel so vom Durchmesser und so von der Länge. Also es ist rein von der Form her eben wie ein echter Pfifferling. Die Unterschiede liegen vor allen Dingen in der Farbgebung. Denn da ist der amethystschuppige Pfifferling halt ein bisschen anders unterwegs. Insgesamt ist er schon mal so ein bisschen blasser irgendwie und entsättigter. Ja, wir haben nicht so dieses Goldgelb. Wir haben schon Gelbtöne, manchmal auch so ein bisschen Orangetöne. Aber alles in allem ist es halt irgendwie ein bisschen blasser die ganze Angelegenheit. Und dann natürlich das ganz wichtige Merkmal. Der Hut hat auf der Oberseite so wie so kleine feine lilane Schüppchen. Manchmal sieht es auch so aus, als ob so ein Hut so richtig lila überhaucht wurde. Ja, als ob da so jemand so lila raufgehaucht hat. Das ist oft vor allen Dingen bei den jungen Fruchtkörpern noch der Fall. Und zum Alter hin reißt dann sozusagen dieser lilane Hauch auf. Und das sieht eher so ein bisschen aus wie Schüppchen. Muss aber auch nicht immer sein. Also manche der Hütige sind auch einfach nur blassgelb. Und sind am Hutrand noch so leicht lila überhaucht. Also da gibt es durchaus auch so ein bisschen Varianz. Ja, das kann mal mehr, mal weniger lila sein die ganze Angelegenheit. Aber man hat da schon gewisse Tendenzen. Irgendwo findet sich schon meistens lila wieder. Und auch, man sieht es ja hier auch. Also hier an diesem Hang, hier gibt es fast nur den. Also nur ganz vereinzelt wächst hier auch mal der echte Pfifferling. Der mag aber schon eher andere Standorte. Und hier diese typischen Nordhänge halt, wie gesagt, so relativ alter Baumbewuchs. Und so feucht und dunkel und so. Das ist schon typisch hier für den amethystschubbigen Pfifferling. Wenn ihr den auch findet, schreibt uns mal gerne in die Kommentare, ob das bei euch auch diese Art, dieses Habitat ist. Wie wir den jetzt finden. Oder ob das durchaus auch ein anderes Habitat ist. Das würde uns mal interessieren. Und ob es bei euch auch so ist wie bei uns, dass er so zeitlich versetzt kommt. Und also, dass der amethystschubbige Pfifferling halt erst so hier bei uns, wie gesagt, so Mitte, Ende Juli geht es los. Und im August ist dann vor allen Dingen Hochsaison. Das würde uns auch mal interessieren, wie das bei euch zeitlich so ist. Standort und Zeitpunkt. Weil es ist schon eine spannende Pilzart auf jeden Fall. Sehr schön anzusehen und schmeckt auch gut. Also schmeckt genauso wie echte Pfifferlinge. Duftet im Übrigen auch so. Dieser typische Aprikosenduft, den haben wir da auch. Und mit unserem Latein am Ende, wir sind, wir haben Milchlinge gefunden. Aber ganz ehrlich, wir haben keine Ahnung, was für welche. Denn wir sind irgendwie schon ein bisschen verwirrt gerade. Wir haben jetzt hier auch nicht gerade so das beste Internet, das wir jetzt hier große recherchieren könnten. Unser Pilzbuch stößt auch definitiv gerade so ein bisschen an seine Grenzen. Gerade wenn man dann nochmal ein paar mehr Bilder will und sowas. Also es ist schwierig. Kurz mal zum Standort. Man sieht es hier vielleicht auch im Hintergrund und so. Es ist hier eigentlich der blanke Fichtenforst. Also hier steht eigentlich kaum was anderes außer Fichten. Zu einem Prozent hin und wieder vielleicht mal eine Kiefer. Aber eigentlich sind es überall nur Fichten hier. Der Boden ist hier genau in so einem Grenzgebiet. So in diese Richtung hier rüber. Da ist Kalkboden. Und in diese Richtung hier geht es den Hügel runter. Da unten ist dann eher so Buntsandsteinboden und Sauerboden. Also wie jetzt hier auch so richtig der pH-Wert an der Stelle ist, keine Ahnung. Weil das hier wirklich so im Übergangsbereich ist. So, dann die Pilze. Die Hüte sind ja, wie man hier sehen kann, so grau-braun gemischt. Ja, so mal mehr, mal weniger das eine oder das andere von der Farbe her. Dann so einen Hutdurchmesser haben wir hier ja von so drei Zentimetern oder so. Auf der Hutunterseite haben wir Lamellen. Die sind cremefarbig eigentlich bei den meisten. Ja, bei manchen auch schon so ein bisschen mehr so in so ein bräunliches geht es rein, weil die auch noch Trockenschäden haben. Teilweise die Pilze. Das kommt dann auch noch dazu. Dann die Stiele sind ja eigentlich nie weiß. Das ist meistens auch so ein bisschen cremefarbig, ockerfarbig, sowas in der Art. Man sieht hier, hier sind auch so Druckstellen. Da ist ja so ein bisschen orange der Stiel geworden. Und bei dem aufgeschnittenen, hier kann man es auch wunderbar sehen, das Fleisch verfärbt sich rosa bis so Lachsrosa. Ja, also so orange bis rosa, so ein Mischmasch. Je nach Pilz auch immer mal ein bisschen unterschiedlich tatsächlich. Ja, Geruch ist irgendwie, sind wir uns auch nicht so sicher, so irgendwie sowas würziges vielleicht. Geschmacklich. Naja, auf den ersten Bissen merkt man erstmal nicht so viel. Aber wenn der Pilz eine Weile im Mund ist, merkt man dann, dann wird es irgendwie scharf und auch leicht bitter. Es ist vermutlich einer der Korallenmilchlinge. Ja, da gibt es so eine Sektion Korallenmilchlinge heißen die. Da gibt es den rauchfarbenden, den rußfarbenden, den rosa anlaufenden. Ja, sowas gibt es. Und flügelspuriger Milchling gibt es auch. Also es sind Milchlinge, ja, das natürlich kurz nochmal vorweg. Das merkt man, habe ich jetzt gerade gar nicht erwähnt, ja. Wenn man die anschneidet, kommt eine weiße Milch raus. Zumindest bei denen, die nicht schon völlig vertrocknet sind. Und die Milch an und für sich ist weiß, aber gerade das Fleisch, wo die Milch eben mit dem Fleisch in Kontakt steht, da wird es dann halt eher so rosa bis orange. Also wir haben keinen Plan, was es ist, aber definitiv ein schöner Fund, weil hier ist nämlich alles voll damit. Also der ganze Wald steht hier voll. Und viele dieser Milchlinge, die ich da gerade aufgezählt habe, die tendieren eigentlich immer eher so zu Laubbäumen. Zumindest laut unserer Literatur, ja. Und Laubgehölze gibt es hier nun wirklich gar nicht. Hier gibt es hin und wieder mal eine Kiefer, wie gesagt, ja. Aber Laub irgendwie buchen überhaupt nicht. Oder Eichen gar. Da kannst du hier völlig vergessen. Da kannst du hier sonst wo hingehen. Hier ist keine Eiche weit und breit. Also schwierige Sache, aber schön. Definitiv. Also schön. Wir können es jetzt nicht benennen konkret, aber es ist definitiv schön. Jetzt sind wir in einem Waldabschnitt gelandet. Der ist einfach nur eine Vollrasur. Nur metaphorisch natürlich. Dieser Abschnitt hier sorgt bei uns einfach für große Freude gerade. Im wahrsten Sinne des Wortes haben wir überhaupt keine Vollrasur. Denn hier haben wir den violetten Weißsporstacheling. Klingt schon mal ganz nett, ja. Und es ist schon eine Pilzart, die ist sehr speziell unterwegs, ja. Hier wachsen richtig viele Fruchtkörper. Nicht nur hier, sondern in dem ganzen Abschnitt überhaupt. Was hier los ist, ist unglaublich, ja. Hier sind halt überall so Fichten. Der Boden, wie der pH-Wert ist, sind wir uns jetzt ja auch nicht sicher. Es ist immer noch hier so dieses ganze Ding hier mit, hm, vielleicht sauer, vielleicht aber ein bisschen basisch. Who knows. Zum einen gibt es ja auch noch richtig viele Schweinsohren. Also wir finden hier ein Schweinsohrmyzel neben dem anderen. Tolle Pilze, ja. Wir sammeln sie trotzdem nicht, weil sie relativ selten sind. Hier jetzt lokal in diesem Wald sind sie extrem häufig. Was uns mega freut. Wir waren hier schon oft. Aber die scheinen dieses Jahr einfach ein gutes Jahr zu haben. Wir wussten gar nicht, dass es die hier gibt, ja. Wir sind hier schon in den letzten Jahren immer mal wieder gewesen. Naja, aber zurück jetzt zu dem hier, ne. Violetter Weißsporstacheling. Eine Rarität ist das Ding geworden, ja. Eine absolute Rarität. Es gibt da so zwei Vermutungen, warum. Das ist ein Pilz, der wächst mit Fichten in Symbiose. Und ihr wisst ja so, die Pilze, die in Symbiose wachsen, also Mykorrhiza-Pilze, die reagieren nicht so fröhlich auf Eutrophierung, ja. Also auf Düngung. Kann jetzt sein, Überdüngung aus der Landwirtschaft, ja. Hat in den letzten Jahrzehnten extrem zugenommen. Jetzt vielleicht in den letzten 10, 20 Jahren auch wieder leicht abgenommen durchaus, ja. Aber so insgesamt, wenn man jetzt mal eher so guckt auf die, vielleicht auch auf die Jahrhunderte betrachtet, hat es ja extrem zugenommen. Und dann kommt noch die Düngung aus der Luft, durch Stickoxide, ne, die durch Verbrennungsprozesse entstehen. Es wird sehr viel verbrannt auf dieser Welt, sehr viel. Und dementsprechend wird auch fleißig immer gedüngt, der Boden. Und das ist halt kacke für die Artenvielfalt. Auch für diesen Pilz ist deswegen auch schon eine rote Liste, zwei Art, also richtig selten geworden. Dann kommt natürlich jetzt auch noch erschwerend hinzu im nächsten Level, dass die Fichten auch immer mehr verschwinden überall, ne, durch die Borkenkäfer. Der Pilz hat es nicht leichter, die Wälder werden intensiv bewirtschaftet und so. Der hat es einfach nicht leicht, was sehr, sehr schade ist. Aber hier zum Glück hat er noch so ein Habitat gefunden, wo er wirklich in großer Zahl wächst. Die Hüte sind jung, noch ziemlich hell, oft in so einem weißlichen, cremefarbigen Bereich unterwegs. Teilweise aber auch mit ein bisschen Orange. Von der Oberfläche her geht es schon jung los mit ziemlicher Unebenheit. Die sind ziemlich uneben, wirken teilweise auch irgendwie so, ja, wie soll man sagen, teilweise auch wie so leicht schuppig oder so. Zum Alter hin verändert sich die Hutfarbe aber stark. Ja, dann werden die teilweise so richtig braun, braun-violett. Der Hutrand bleibt dann aber manchmal noch so ein bisschen hell. Der Hutrand ist auch ganz gerne lange so runtergebogen noch. Bei dem jetzt hier nicht mehr so, aber bei manchen schon noch, ne. Auch ein schönes Merkmal. Und auf der Hutunterseite, da haben wir eben Stacheln, ja, was wir bei den Pilzen jetzt nicht so oft haben. Die meisten Pilze haben irgendwie Lamellenleisten oder Röhren. Hier haben wir jetzt aber mal Stacheln. Ja, man kennt es ja vielleicht vom Semmelstoppelpilz. Den gibt es hier übrigens auch in der Nähe, haben wir ein paar von gesammelt auch tatsächlich. Sollte man jetzt nicht verwechseln. Jetzt nicht nur, dass man denkt, oh ja, Semmelstoppelpilz, cooler Pilz für alle, die anfangen mit dem Pilze sammeln. Ich sammle jetzt alles, was Stacheln hat. Ne, besser nicht. Gibt halt auch solche Seltenheiten hier. Und ja, Unterseite, wie gesagt, Stacheln sind jung, auch noch ziemlich weißlich. Hell werden zum Alter hin auch immer dunkler. Auf Druck hin können sie auch so richtig dunkelbraun werden. Die laufen dann am Stiel herab und der Stiel ist auch hier, wie man kann es hier ganz gut sehen, ziemlich dunkelbraun. Teilweise auch mit so einem Touchviolett. Und was ein besonderes Merkmal von diesem Pilz ist, ist sein Geruch. Ja, bei vielen Pilzen ist immer der Geruch tatsächlich so eine Offenbarung. Bei dem ist es so, der riecht einfach wunderbar nach Liebstöckel. Ja, so richtig würzig intensiv nach Liebstöckel. Ist aber trotzdem kein essbarer Pilz. Und selbst wenn das wäre, wäre er viel zu selten, um ihn zu sammeln. Ja, aber ist echt so, wenn wir Pilze sammeln und auch wenn wir jetzt irgendwie eine Art vor uns sehen, die wir nicht genau kennen, ist meistens eine der ersten Bewegungen, die wir machen, erst mal mit der Nase ranzugehen. Weil der Geruch ist oft sehr speziell bei vielen Pilzen, bei dem hier eben auch. Und freut uns auf jeden Fall hier riesig, dass wir den jetzt hier finden konnten, weil der ist schon eine ziemliche Seltenheit geworden. Der violette Weißspor-Stacheling. Und hier jetzt die bucklige Verwandtschaft, der orange-rote Kork-Stacheling. Auch rote Liste 2, aus den gleichen Gründen auch ziemlich selten, aber hier jetzt in direkter Nachbarschaft gefunden. Lässt sich ganz gut unterscheiden. Ja, man sieht schon auf dem Hut, da dominiert richtig so ein orange-rot. Ja, auch so teilweise so Rostfarben haben wir da. Und der Stiel, der ist ja auch nochmal komplett anders. Gerade eben war er ja eher so braun-violett. Ja, und hier, man sieht's, orange, ohne Ende, orange bei den allen hier. Aber sonst, auch hier die Hüte sind so ein bisschen miteinander verwachsen. Sehr schöner Pilz, optisch. Hat bestimmt auch viele spannende Pigmente drin. Und er duftet auch anders. Ja, hier haben wir jetzt nicht diesen Liebstöckel-Geruch, sondern riecht so ein bisschen blumig tatsächlich. Er hat eher so was Florales in dem Fall. Ja. Bevor wir gleich zum spannenden Quiz kommen, gibt's erstmal noch ein Dankeschön an euch, wie immer. Denn vielen Dank, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt. Teilt es gerne, kommentiert es, liked es. Ihr kennt es ja alles. Würde uns sehr freuen. Und was uns auch sehr freuen würde, wenn ihr uns finanziell unterstützt, da gibt's viele Möglichkeiten, zum Beispiel Paypal, Banküberweisung, Bitcoin und, und, und. Und ihr findet das alles in der Videobeschreibung. Gerne natürlich auch mal schauen. Da gibt's auch einen Link zu unserem neuen Buch, Fast zu wild, um wahr zu sein. Falls ihr das noch nicht gelesen habt, tut das. Und dann schreibt mir jetzt einen Kommentar, dann habt ihr das gleich erledigt, das Kommentarschreiben, was das hier sein könnte. Im nächsten Sammelvideo werden wir es dann auflösen. Und dann gibt's jetzt auf jeden Fall noch was zum Weiterschauen, nämlich eine Playlist rund um den August und eine Playlist rund um essbare Speisepilze. Und dann bis bald im Wald.